Das wird er, wenn ich es will. Kanila, ich schwöre dir, dass ich... Nein, lass mich. Warum hast du das getan? Ich will nur das, was mir als deiner Frau zusteht. Was willst du tun? Mich schlagen? Wenn du dich ihr noch einmal näherst, werde ich dich töten. Aber Majestät, ein Signorio ist der niedrigste Adelstitel. Ein Signorio, das ist angemessen, glaube ich. Sprich, vertrau dich an. Ich habe zwei Tote auf dem Gewissen. Wenn Sie reden müssen oder einen Rat brauchen, wenden Sie sich ohne Angst an mich. Wie viel Geld wollen Sie? Es ist nicht das Geld, das wir wollen, sondern etwas anderes. Was haben Sie dir noch angetan? Ich weiß es nicht. Da gab es eine Porträtaufnahme von Diego, ein Hochzeitsfoto. Diego war schon mit einer anderen verheiratet. Die Schlüssel sind nicht an ihrem Platz. Es gibt eine Ordnung in der Unordnung, das stand in dem Telegram. 4, 17, 8. Adrian Beraselande wurde zur Fahndung und Festnahme als Hauptverdächtiger im Mordfall der Martha Santos de Vera ausgeschrieben. Seine Frau.